Es geht jetzt um das Thema Maschinen zur Rohr- und Profilbearbeitung. Deswegen ist Rainer Fank jetzt bei mir von der BLM Group. Sie haben uns jede Menge Maschinen hier mitgebracht, was zum Beispiel? Ja, wir haben unser gesamtes Portfolio mitgebracht, insbesondere die neuen Rohrlaser-Schneidmaschinen, vor denen wir gerade stehen. Das ist die LT 8.10, ein neuer Rohrlaser, der mit Faserlaser-Technologie ausgestattet ist und auch das 3D-Schneiden erlaubt. Und damit kompletieren wir sozusagen unsere gesamte Rohrlaser-Palette, wo der Kunde jetzt die Wahl hat, von 15 mm Durchmesser bis zu 600 mm Durchmesser alle Technologien, die es auf dem Markt gibt, für sich selber zu entdecken. Das hört sich sehr gut an. Was haben Sie uns noch mitgebracht? Ja, wir haben einen Auszug an so riesengroßen Paletten mitgebracht. Vielleicht ein anderes Highlight noch, dort vorne zeigen wir die Bearbeitung von Rohren vom Coil und Biegen mit einem Dorn, was in der Industrie recht selten gemacht wird, aber die Anforderungen kommen dort immer mehr. Und wir haben hier eine hoch spannende Lösung, die wir natürlich hier vorstellen, auch als Weltpremiere mit zwei neuen Maschinen dabei. Wie lautet das Motto der BLM Group? Unser Motto hier auf der Messe lautet Elements that makes a difference. Also Elemente, die wirklich den Unterschied bringen und das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, weil Maschinen alleine ist eine Geschichte, aber wir sehen schon, dass wir die Maschinen miteinander verheiraten und sozusagen möglichst noch effizientere Produktion für unseren Kunden ermöglichen und ihm auch viele Hilfestellungen geben, damit auch nicht so erfahrene Maschinenführer auch komplexe Maschinen wie diese einfach bedienen können. Inwieweit sind Sie in der Industrie 4.0 angekommen? Industrie 4.0 ist für uns ein Standard, ein ganz wichtiges Thema, weil wir immer mehr sehen, dass Maschinen, die isoliert für sich alleine arbeiten, vor sich hin arbeiten, keinen wirklichen Mehrwert für unseren Kunden darstellen, sondern dass wirkliche Effizienz auch mit durch die unterschiedlichen Maschinen Verbindungen hergestellt werden können. Warum ist die Tube so wichtig für Sie? Sie sind jetzt zum zweiten Mal mit dabei. Welchen Stellen beträumen Sie der Tube ein? Sie ist die wichtigste Messe einfach für die gesamte BLM Gruppe. Wir sind mit zwei Stellen vertreten, einmal hier auf der Tube und einmal auf der Wire. Wir würden uns wünschen, dass wir noch ein Stück größer werden können, aber leider ist die Möglichkeit nicht gegeben. Aber sie ist die entscheidende, nicht nur nationale, sondern auch internationale Messe für unsere Gruppe. Rainer Fang von der BLM Group Deutschland. Dankeschön. Ich danke.